Da haben wir eine Rednerin. Hallo, mein Name ist Kali Balcerowiak. Ich bin Künstlerin und ich bin ein großer Fan des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich glaube, dass jeder Mensch hier auf dieser Erde eine Aufgabe hat, wegen der er hier ist. Und es gibt viele Menschen, die über sehr individuelle und sehr spezielle Fähigkeiten verfügen, die auf dem Arbeitsmarkt in einem Angestelltenverhältnis gar nicht unbedingt optimal zur Geltung kommen, kommen können. Und ich finde, beim Grundeinkommen geht es nicht darum, Menschen dazu zu ermutigen, sich um Arbeit zu drücken, und auch Kosten der Arbeitenden als Gemeinder zu leben. Ich denke, es geht ganz im Gegenteil darum, Menschen dazu zu befreien, das zu tun, weshalb sie wirklich hier sind und was sie von Herzen tun wollen und können und möchten. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.